ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown mit mir dem herrn gleich und ich hab wieder irgendeinen balken hier oben drüber so gilde nummer eins letzter rumble ja wir kämpfen gegen die port of wales und das ist unser weihnachts letzter weihnachts rumble schauen wir mal gegen port of wales zehn matches dann ist diese rum wir haben es geschafft auf 86 86 wenn man hier mal der james woods high school das reicht sogar um für die jv jetzt gleich schon weg zu bekommen nila und es war und dann und dann und dann na 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 Adamantada. So. Jealous Bobby. 32. Auch 32. Neun. Elf. Mauer durchsprechend. Panikriff mit hinzubekommen. Ach komm. Machen wir es doch ganz anders. Wir spielen erst Buddies Not Rocket. Dann gucken wir mal, was da kommt. Neun Roger. So. Neun Roger ist jetzt auch gleich weg, weil jetzt machen wir es noch anders. Jetzt spielen wir nicht richtig gefreut. Nie mehr so rumgespielt. Und. On my way. To a perfect 100. Aravantada. Jawohl. 100. Aravantada. 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 Irgendwas mit 116, den Rest kann ich nicht lesen. Also halten wir mal fest, wir fangen mit dem Bob an, dann können wir nämlich den Bombenstein spielen oder eben das hier, und er hat sowieso nur 75 hier, deswegen gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass das jetzt völlig ausreichend sein wird und da nichts stärkeres mehr kommt, als eben diese 50 angriffen. Snot Rocket, James Woods High School. Hm? 96963 Aravantara 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 Wahrlich Ja Betrunken hab ich wieder. So, 100, 100, 100, 100, 100. Noch 5 Matches sind offen. Dann haben wir auch diesen Rumble wieder geschafft. VF 0, 0, 0, 1. 100. Versuchen Sie das? Send us little helper. Und not. Hey, schaffe ich jetzt endlich mal seit langem mein allererstes Perfect Match, wenn ich das jetzt ausspreche? Das sehe ich schon wieder vorbei. Ich weiß, dass es jetzt wieder nicht mehr funktionieren wird. Es ist jedes Mal das gleiche. Immer wenn ich in der Hoffnung bin, dass ich es endlich mal schaffe, eine perfekte 1000 zu spielen, passiert wieder irgendetwas. Ich glaube schon nicht mehr dran. Live laufe fair. Reichen 40 nein? Natürlich reichen 40 nicht. Jetzt muss ich wieder drum kämpfen. Es ist doch einfach nicht zu glauben. Es ist doch einfach nicht zu glauben. Wieder mal. Es ist jedes Mal das gleiche. Immer das gleiche. Immer wenn ich denke, jetzt komm. Und wenn es das allerletzte Match ist, dieses allerletzte verdreckte Match. Man. Gibt's doch gar nicht. Scheiße. Einmal 41. Ein einziger Punkt hat mir gefehlt. Ein einziger Angriffspunkt. So zum verrückt werden. So jetzt hätte es gereicht. Na gut, wir sind auch 41. Oh Mann. Ruhig. Ruhig dich. Ruhig dich. Ruhig dich. Ruhig dich. Ruhig dich. Hilft alles nichts. 89. 80. Christmas is coming. Ist ja schon da. Lawrence D. T78. Ja. Und jetzt kommt er hier mit so einer Scheiß Tom Landry Middle School. Jetzt ist es aber auch wurscht. Ja. Okay. Also. Zwei Matches verkackt. 24 Punkte liegen lassen. Das heißt, ich bin bei 976. 12 Minuten noch zu spielen. Schauen wir mal rein. Bei denen. Naja. Immerhin mehr als deren stärkste. 41 haben bei denen gespielt. Bei uns. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Chris. 999. Cuddly. 999. Junkett. 999. 3x. 999. Manuel K. 999. Robert. 999. Lord Ado. 999. Dightronic. Abdem. 999. Burger Boy. 999. A. 985. Deklis. 984. Doptas. 999. Nattie. Knight. 983. The King. 977. Jesse. 974. Kings. 970. Homer. Jay. 999. Apokalyptiker. 967. Gecko. 964. Michael. Dennis. 959. Brauni. 958. Ernstka. 947. Xsame. 911. Henny. 906. Son. Names. Der Pate. Mimo. Need Fresh Food. Krankos. Thomas Cookie. Oli Zett. Amir Palang. Vergleich. Sonja 82. Tularis. Gamer Guy. Ulrike K. Und Napoli. Also heute haben es jetzt nur 41 geschafft. Ja gut, es ist Weihnachten. So. Schauen wir mal hier rein. Matches hatten wir jetzt gehabt gegen die Beach Bales. 1 haben wir verloren. Animate This und Chicken Fighter haben wir besiegt. Puppy Playhouse und The Tokenators haben wir verloren. Snooze New Brothers und Naughty Animations. Only pay to win und besiegt. Dafür haben wir gegen Finnland ja wieder verloren. Und das jetzt hier gegen Port of Wales gewonnen. Schauen wir mal hier aktuell rein. Wie sieht es hier aus? Ich bin dann hier auf Platz 36. Ich gehe ihn lieber verloren an. Ich bin dann hier auf Platz 36. wir sind da auch gleich rein. Ich gehe ihn lieber auf Platz 35. Ich bin dann hier auf Platz 35. Wir waren ja hier gegen den Snooze New Brothers. Those Germans auf Platz 70. Lerns Ball All Stars, Platz 79. World of Marvel, Platz 82. Friends of Star, Platz 83. The Beached Whales, gegen die wir ganz am Anfang verloren haben, Platz 85. Kronenberg World hatten wir doch schon besiegt, Platz 89. Tokinators, okay. Ja, schauen wir mal ins Gildenergebnis rein, aktuell. Cuddly, Platz 1, mit sensationell 9080. Updamn, direkt dahinter. Chris, Platz 3. Dightronic, Platz 4. Junkett, Platz 5. Burger Boy, Platz 6. Ah, Jesse, The King. Ja, und ich immerhin in der Top 10. Der Pate, Stromi, Natti, Dennis, Teklis, Robert, Gekko Moria, Lord Edo, Bounty, Homer J, Brownie Nervt, Michael Lied, Verschwut, Tularis, Sonja, Ernst Gra, Amir Palang, Topters, XA, Mimo, Kings, Thomas Cookie, Franken, Sie, Krankus, Manuel Kars, Beider, Edgar Santos, Wurf, 13. Henny, Gamer Guy, Oli Z, Ulrike K, Apokalyptiker, Il Guru, Typikolada, Napoli, Just a Player, But Whole, Worst, ja, und Ricky. Ricky, Spanisch, ist leider raus, hat keinen Bock mehr, hatte bei einem Arena Event abgeschlossen, mit Platz 10, bei den Belohnungen war er dann plötzlich Platz 11, hatte den Support angeschrieben, der Support scheint wohl ziemlich dämlich reagiert zu haben, und damit hat er keinen Bock mehr gehabt, und ist raus, er hat jetzt das Spiel gequittet, und hat keinen Bock mehr. Sehr schade, war eine schöne Zeit mit ihm. Auf jeden Fall ein gutes Teammitglied, aber es kommt immer mal wieder vor, dass der ein oder andere plötzlich inaktiv wird, haben wir ja schon mal einen auch gehabt, und manchmal tut einem das im Herzen weh, aber was willst du machen, es ist nur ein Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in den Kommentaren, abonniert den Kanal, und schaltet es jetzt mal wieder ein, wenn es wieder ein ist, Animations oder mit mir gleich auch rein, was wir wissen. Tschüss. Ja. Ja.